Ist dieses Kunstfleisch, was von 3D-Drucker gemacht wird, für den Markt in Zukunft, wäre das Halal? Und was sagen Sie dazu? Ich weiß nicht, was mit diesem Kunstfleisch ist. Aber wenn die Zutaten, die da drin sind, Halal sind, dann Halal. Wenn Haram dabei ist, dann Haram. Einfach. Ich bringe jetzt, barakallahu feikum, diesen Becher. Und ich mache aus diesem Becher, ich mache aus diesem Becher Tisch. Ich habe aus dem Becher Tisch gemacht. Ist dieser Becher Halal und ist der Tisch Halal? Ja. Man bringt aber Schweinfleisch und man macht aus diesem Schweinfleisch zum Beispiel ein Tisch. Ist es Halal? Moment. Wenn, wenn das Fleisch von Schwein total umgewandelt wird, chemische Verbindungen haben sich aufgelöst und die sind nicht mehr zu bezeichnen als Schweinfleisch, dann ist es Halal. Wenn aber etwas dabei bleibt, dann bleibt das Haram. Und das ist auch via dieser 3D-Drucker. Du holst ein paar Zutaten und man macht das jetzt mit vegan. Das ist veganer Fleisch und veganer, diese Sachen. Das ist kein Fleisch. Aber man macht Zutaten, die schmecken wie Fleisch. Wallahu alam, kein Problem. Aber das ist es umnehmen.